Ja, ihr dürft doch nicht vergessen, wenn was fertig ist oder so, es gibt trotzdem immer noch Warteschlangen, beziehungsweise Bereiche, wo man warten muss und man kann nicht alle sofort machen, ne. Zum Beispiel Erzproduktion kann ich erst in sieben Minuten starten. Die ist erst in sieben Minuten frei. Also dann müsst ihr noch ein bisschen entspannt bleiben. Ja, nicht immer gleich so schnell und schnell. Helfen wir hier beim Straßenbauamt. Kann ja nicht sehen, dass ich hier alleine die Straßen bau. Was ist da los? Also sieben Minuten noch. Dann können wir das erst machen. Ja, ne, alles gut. Aber wie gesagt, mein Auftrag ist es, den einen oder anderen öfter auch zu anderen Spielen zu bewegen, die Zocke da einfach mal mitzuschauen. Aber das klappt nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Ihr seid alle viel zu eingefahren auf W.A.T., Leute. Also nicht alle, aber viele von euch. Die sind einfach viel zu W.A.T.-lastig. Und gucken leider nicht nach links und rechts. An der Straße sind schon alle dran, ja? Okay. Na, dann will ich gerne nicht gesagt haben, wa? Solo-Kill, grüß dich. Ja, unser Vorteil, dass der M6 echt blind ist, ne? Ja, aber das ist halt leider so. Viele, viele W.A.T.ler sitzen einfach nur und kicken ganz nach W.A.T. Ich könnte das nicht. Ganz nach W.A.T. könnte ich nicht. Und die ganzen anderen Juden-Spiele verpassen sie immer. Brauch. Tut mir so leid für die Leute, ja? Tut mir so leid. So, was ist denn jetzt hier? Fährt jetzt irgendjemand mal vor hier? Hier, äh, Bessarien hier. Ah, Tag, jetzt fahr doch mal vor mit deinem 5-4er. Ist doch ein OP-Panzer auf der Stufe. Kannst doch alles wegrotzen. Äh, ich habe eine nicht so gute Nachricht, okay? Äh, das heutige Batzen-Gang-Replay wird sich verschieben müssen. Und so, wie es gerade aussieht, wird es auch erstmal das Letzte sein. Dann ist es so. Ich kann es nicht ändern. Alles gut, mach dir da keinen Stress. It is, we it is. Äh, Bessarien, du sollst dich doch nicht wegwerfen, ey. Ey, was hast du denn nicht verstanden an? Du sollst Licht machen. Jetzt muss er mir nur noch sagen, dass ich schuld war. Äh. Nee, alle, Dude. Äh, ich muss ja auch hier stehen. Ich habe es diese Woche auch noch nicht geschafft, äh, Videos zu schneiden. Ich muss mal gucken, was heute ansteht. Wenn das Wetter passt, mache ich heute endlich meinen Sport. Gestern hat es ja geregnet und gestürmt wie Sau. Da wollte ich mich nicht raustrauen. Ansonsten gucke ich mal, dass ich heute das eine oder andere zusammenschneide. Ich habe ja noch ein Schönel vom 18.04. MT-25, ein Ace, 6 Kills, 7000 Kombi auf dem MT-25. Das müsste ich nochmal meißeln. Und dann habe ich, glaube ich, noch... AMX 12-Tonner, Mali. Leider hat, äh, mein PC, beziehungsweise warum auch immer, nach dem Update war Gefechtsaufzeichnung leider aus. Deswegen habe ich die Spiele, ähm, nicht als Replay. Sondern müsste sie nochmal suchen. Aus den Streams. Und sie aus den Streams rausstellen. Da gefällt mir aber momentan die... Die, äh, die Qualität nicht von den Streams. Das finde ich sehr, sehr schade. Irgendwas ist da scheiße. Von der Optik her. Wenn ich die von Twitch runterlade, sieht das immer so kacke aus. Leider. Hat der Teamkiller Anti-Mail wieder zugeschlagen? Ja, genau. Er hat mit meiner Familie gestern trotz Regen sogar gegrillt. Ja, wahrscheinlich überdacht und so, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich überdacht. Ne, wie gesagt, das war mir jetzt dann einfach viel zu stürmisch und... Ne. Das wollte ich nicht. Das macht keinen Spaß. Wenn er zu nass draußen ist. Äh, lordy, Jutmorgen. Ich glaube, das war mir jetzt ein bisschen... Scheiße, wir sind offen, du Hirsch. Wir sind offen, wir sind offen, wir sind offen, wir sind offen. flex flach so vielen vielen dank für dein follow herzlich willkommen fritzscher ist auch im klaren angekommen sehr schön das war pause machen dann man sollte auch nicht übertreiben sport du hirsch nein geht's Wie lange hat es dir dauert mit der Mission zum Kalibur? Kann ich mich nicht erinnern, aber ging relativ schnell Panke haust du rein Entspannte Schicht dir wünscht Aber tschau mal heute Sönerunde, Sönerunde